neues spiel willst du die hinweise aktiviert klar klar ja punkt nein ausrufezeichen robin 6 robin 6 hat der robin gemalt der robin ist ein ganz talentierter oder talentierte sand cold dead das war gut this land soul has died like the spirit of those that once inhabited forest life was everywhere we were a small nation but we had everything that makes people truly happy then life was simple our children grew in abundance the young were in love adults created the elderly preserved our heritage some laughed at our confidence but we knew ourselves and believed in our future session some western cities built domes over antique parts of the city it was decided to build a dome over the center of our capital to protect its beauty from time yes when you are really happy it seems that you have control even over time nobody thought of the price that we might pay for a life of calm and tranquility but the price is always there hanging in the air as a dark shadow and you are willing to do what you want to do I will turn it in the air we are in the air you can take it a lot to do it you know this is frostpunk that is the frostpunk i think that yeah the overplayers are on a right to do it very 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 Ich denke, das ist mal das Spielbrichter. Was ist das? Ich bin Beauty, kein Denial. Hallo, Asim. Hallo, Tani. Tani, Tani nicht für was? Wie hieß Tali und nicht Tani? Tani, Tani, Tani. Da war wieder die Kante. Zeig, Asglo. Ich finde den voll cool. Maus erkannt. Cool. Robby. Oh, Robby ist voll süß. Das X markiert die Stelle. I drew out a plan to capture Robby. It is in my notebook. Was? Und das soll man erkennen können? KSK, halte zurück. Äh, vor dir. Warum bist du jetzt so leise? Ich mach mal die Musik noch ein bisschen leiser, ja? Wieder aufnehmen. So, jetzt gucken wir nochmal. Robby. Robby used to be human. Now they are almost human. About 21,4159%. Hallo, Robby. Tschüss. Was machst du? Was machst du? Ja. Dankeschön für den Sub. Ein Astloch. Dankeschön, Aveson. Jetzt bin ich auch schon Aveson. Dankeschön, awesome. Vielen, vielen Dank. Das ist echt awesome. Dankeschön. Kannst du mir dabei helfen, die Tore für Opa zu öffnen? Kannst du mir helfen, die Tore für Opa zu öffnen? Ich habe meine Duties. Der ist viel lauter. Wieso ist die so leise? Mach sie lauter. Tschüss. Es ist so heiß. Hä, warum sind die Geräusche jetzt da unten? Es ändert sich legit nichts an der Musik, oder? Nee, wollte ich nicht. Wie laufe ich denn da? So, okay. Hotspot, klar. Erstens, niemals Glücksspiele mit Reni spielen. Zweitens, absolut keine kurzen Schläfchen. Drittens, Schlüssel immer in der Tasche behalten. Simulis. Simulis ist der älterste Typ in der Welt. Dirk. Oh Gott, nicht Dirk. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Ich versuche, dieses Spiel zu fixieren. Der Bart ist aber wobbelig. Der ist richtig wobbelig. Du musst Robby sagen, dass er die Tore für Opa aufmachen soll. Tschüss. Unfreundlicher. Du hast mir gar nichts zu sagen. Gibt es hier noch was anderes? Nö. Opa, hier ist der Schraubenzieher. Hier, ein Schraubenzieher. Kann ich zu Opa gehen? Du guckst mir noch gar nichts zu sehen. Du guckst mir noch gar nichts zu sehen. Aber er ist zurück. Du siehst ihn hier? Nein. Dann ist er nicht zurück. Wann machst du Tore aufmachen lassen tun? Wenn du sagst Robby zu openen die Gäts für Grandpa? Ja, ja, in einem Moment. Ich werde das Spiel testen. Das Spiel ist erst. Es ist immer noch gar nichts zu machen. Du könntest du auch noch ein Schraubenzieher entbauen. Kann ich von dir nehmen. Du hast Verbanns für dich? Nein. Du siehst nicht ausgerechnet mein Helmet des Distance Robot Kontrollers. Helmet. Last time it took two days for it to return to my control range. Thank you. Thank you. Was ist das denn für ein Spiel? Was ist das denn für ein Spiel? Was? Warum? Boxing? Wenn du viele Boxen hast? Boxen? Natürlich nicht. Boxing ist ein nobles Sport. Ein Fist-Fight. Can I play? I do need a second player to test this game properly. Since the other game controller is still missing, I could use my robot mind control helmet instead. I've already adjusted the game to my helmet's control frequency. Do I get to use your helmet if I win? Was? So, you want to make this interesting? All right. If I win, you do the dishes for two days. And if you win, quite unlikely, you get to use my helmet. Deal. Spiel starten. Auf geht's. Ich gewinne. Was muss ich mitmachen? Die Dima. Dima 9. Ne, Dima ist männlich, ne? Der Dima. Dima 9. Abfahrtschutzverteilung, so oft habe ich den mein ganzes Leben eigentlich nicht gemacht. Ja, weil du bestimmt... Ready. Fight. Aua. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Ich bin Boxprofi. Hau ab. Ich muss ein Boxspiel spielen. Auf geht's. Mach ihn fertig. Und rechts und links und... Oh Gott, Hilfe. Du bist... Du liegst gleich auf der Matte, du. Du feiger Hund, du. Du feiger Hund, du. Du stirbst. Du gewinnst. Ich gewinnst. Ich gewinnst. Eine weitere Runde. Ready. Oh, was? Nochmal? Okay. Ich sag euch, ich mach das fertig. Ich... Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Du gewinnst. Du gewinnst. Du gewinnst. Du gewinnst. Ich gewinnst. Du gewinnst. Whatever. Take it. See if I care. It is your grandfather waiting out in the cold. Now you remember? I always remember. I rarely care. I'll go. I need my sleep. Entertaining you is way too tiring. Don't forget to open the gates for your grandfather. Don't let the bad box bite. You can take a closer look at things inside my backpack. I can control robots with this. Halt auf. I need to turn it on for it to work. You can take a closer look at things inside my backpack. Are you serious? I have to turn it on for it to work. I have to turn it on for it to work. I have to turn it on for it to work. What? Der ist echt leise. Was ist das? Serverraum? Du verstehst ihn, komm. Ich mach gleich lauter. Ich putz kurz Nase. Ich hoffe so, dass irgendwann meine Erkältung weggeht. Ich mach gleich lauter. Ich mach gleich lauter. Also, Chad, ich bin mal kurz, also 10 Minuten afghanisch. Was macht das? Warum ist das jetzt schief? Was? Hä? Hä, was heißt denn? Was ist das für eine Optik? Wie lustig. Hä? Nein, nein, nein. Hä, warum? Hä? Hä? Was? Was? Nein. Nein. Minus eins. Warum dreht sich das Ding? Hobby einholen, klar. Auf geht's. Ich komm hier wieder raus. Da oben. Vor der ersten Nutzung muss der Starthebel an der Seite betätigt werden. Um den Helm zu aktivieren, klicke mit der linken Maustaste darauf und ziehe den Helm vom Menü auf deinen Kopf. Roboterverbindung. Du kannst Roboter steuern, die mit der Frequenz deines Helms kompatibel sind. Starke Interferenzen lassen die Verbindung abbrechen. Um den Helm zu entfernen, klicke entweder auf den Verbindungen aufheben-Knopf in der Ecke des Bildschirms oder klicke mit der linken Maustaste und ziehe den Helm aus dem Menü auf deinen Kopf. Anatomie des Kaninchens. Buh 3000. Weitere Funktionen. Vorderlicht, Augen, Energiedetektor, Nase, Verteidigungslunar, Mund, Drum und Bass. Genau, Drum. Der Schlausauger. Unser stiller Arbeiter ist stolz auf seine Reinigung. Staub, Roboteröl oder sogar Pflanzendreck. Der Schlausauer schafft selbst hartnäckige Verschmutzung. Das neueste Reinigungsmodell von Viz. Die Geräusche sind echt eklig. Entschuldigung. Abwasch. Musst du ja nicht machen. Wir haben gewonnen. Äh, nee, wollte ich nicht. Verstehst? Notiz. Wo ist denn so eine Pflanze? Das war, da doch. Schlafzimmer? Das ist aber gut, dass wir sagen. Ja, bis es unfair wurde, ne? Warte, er hat doch den Schlüssel in der Tasche. Was hat es in seinen Taschen? Wo ist der Schlüssel? Da, Schlüssel. Nimm ihn. Komm, wir machen mal den Helm weg. Lass mal verschließen. Naja, bei der... Hä, warum ist da eine Uhrzeit? Warum? Warum habe ich einen Timer? Ja, du sollst doch den Schlüssel nehmen. No, it won't work. Was? I need a better plan. Hä? Warum ist da ein Timer? Warum ist da ein Timer? Timedlamp? Oh, naja. Oh, naja. Ach so, ich soll den... Ach, ich soll die Tür abschließen. Oh mein Gott, okay. Entschuldigung, ich dachte, es wäre fürs Schlafzimmer. Ich dachte, ich brauche eine Pflanze. Äh, hallo? Ja, ja, aber... Ach so, ich kann keine Items nehmen, wenn ich den Helm aufhabe. Schnauze. Ja, mach zu. Hä? Nope. Ich muss die Tür erst angucken. Ich muss die Tür erst angucken. Das war gemein. So, Robby ist jetzt vorbei mit uns. Oh, no, 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 no. Not again. Haha, gotcha. Hä? Hä, warum? Okay, warte. Ich muss irgendwie mich so hinstellen, dass ich... Okay. Hallo, Lima. Wunderschönen guten Abend. Oh, no, 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 no. Not again. Jetzt Staubsauger, nein, nicht mich wegschieben. Penner auf Staubsauger. Aha, gotcha. I need to get the robot within my control range. I need to get the robot within my control range. Oh, no, no, no. I need to get the robot within my control range. I need to get the robot within my control range. Ich hasse den, ne? Ich hasse den. Vor allem, ich war in der controller range. Aber ich glaube, auch wenn ich in der controller range bin, darf ich nicht. Ich kann aber auch nichts mit dem machen. Was ist das? Ach so. Hä, am Helm gibt es einen Anschalter. Danke für den Tipp. Und das? Ich werde den Staubsauger mit Erde aus einem Topf ablenken. Ja, das wollte ich ja. Aber wo ist denn eine Pflanze? Sieht hier irgendjemand eine Pflanze? Also jetzt. Die Tränen, was für Tränen? Robby zeigt Pflanze. Bei der Tür. Bei der Tür? Ach hier. Boah, da an der Ecke. Okay, danke. Sorry, habe ich echt nicht gesehen. Boah, das war ja in der Dingsbums drin, ne? In der Skizze. Aber ich habe die nicht gesehen. Ich habe die nicht gesehen. So, Robby, können wir jetzt nochmal? Oh, no, 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 no. Haha, gotcha. Kannst du jetzt bitte? Also, wie war ich in der Controller-Range? Sind wir ganz ehrlich? Äh. Tore des Schicksals? Tore des Schicksals ist ein selbstgeschriebener Software-Wurm, der explizit dafür gemacht wurde, Bewegungseinschränkungen in der Regierung auszuhebeln. Die Initialisierung des Wurms, Tor des Glaubens, wird benötigt. Außergewöhnliche hohe Intelligenz von 100, Wissen in Höhe von 70 und Glück in Höhe von 40, West. Was? Was habe ich jetzt gemacht? Wo bin ich gerade? Ich wollte nur... Ich wollte nur die Tür öffnen. Ich dachte, der macht das hier mit. Womit hebelt der denn? Ihr seid lieb zueinander, das ist schön. Hey, jetzt mal ohne Scheiß. Der muss doch mit dem Computer interagieren, der ist doch auch markiert. Wie komme ich denn... Eventuell hochleveln und dann den Wur... Ernsthaft? Was brauche ich? IQ 100. 60. Mehr kann ich nicht. Wissen sinkt dadurch. Oh Gott. Ach, das ist ein rätselartiges... Okay, Koordination brauchen wir nicht. Geschwindigkeit brauchen wir auch überhaupt nicht. Ganz ehrlich. Scheiß auf Geschwindigkeit. Was haben wir gebraucht? Wissen Höhe 70, okay. Nee, Glück brauchen wir gar nicht so viel. Ich brauche Wissen. Wir hackten die Key out of those gates. Robbie, you are the best. Okay. Okay, okay. Da, äh, da... Emily 7. Emily 7? Das spießt mir grad zu hoch. Ich find ja nicht mal ne Pflanze. Sorry für Tipps, das ist okay. Das ist okay, ist ne Demo. Hab ich gesagt, wir dürfen ja zusammenspielen. Bei Demos spielen wir gemeinsam. Das tut nur nie jemand. Weil alle immer... Wisst ihr... Ja, Chad, was denkt ihr denn? Da ist wer? Der will nur unterhalten werden. Der braucht einfach nur Beschallung. Ich weiß doch, wie es ist. Warum ist die Musik so traurig? Mein Kampfbruder. Er ist derjenige, den ich mit einem secreten vertrauen kann. Was willst du von mir, Stranger? Stranger? Habt ihr vergessen, dass ich meinen alten Freund gebaut habe? Nur Menschen können so schrecklich sprechen. Ich versuch nicht, mich zu veräppeln. Roboter können nicht an Vergesslichkeit leiden. So sind sie nicht gemacht. Ich seh, dein Speicher ist nicht mehr das, was er mal war. Dann versuch mir nicht zu weipeln, hier. Dann versuch mir nicht zu weipeln, hier. Ich versuch mir nicht zu weipeln. 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 Ich bin zu weipeln. Ich bin zu weipeln. Ich bin zu weipeln. Ich bin zu weipeln. Ich versuch mir nicht zu weipeln. Echt, wo du spierst, Momentan? Toll! Toll! Echt! Hat es gut ausgesucht! Meine Familie, nicht deine. Spacepombe, Spacepombe, du bist mein Spacepombe. Nein, 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 das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ich bin verklickt. Mobilität ist nicht das, was einen Mann macht. Du schreit für deinem schmerzten Körper. Mein Schreit ist für die, die ich verhindert habe. Du sprichst von anderen. Echt stolz, Mensch. Ich bin von anderen, die du falsch hast. Yet, you did nothing to save the builder of your own shelter. Und hier, I lay abandons to the forces of nature. Ich mag dir, du mir leid. Ich will always be your friend, no matter what. You wanna be my friend after I've forgotten you? I have as much time as you need to get to know me anew. I need to know now. You are different. You make me doubt. I want... I wanna remember. I need you to help me remember. I need more power. Can you do this for me, faithful human? I'll do all I can to help you. I must find a new power bank. I think I have one in my old airplane. Hopefully it's still there. My snowmobile broke down on my way to the Institute of Science. Someone must have tempered with it at night. ... ... ... ... ... ... Tut mir so leid. Reden wir über die Bienenzucht. Okay. Die Wasserwelt. Täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Bienenkissen kaufen. Nein. Ich mag den großen Ruhmmann. Ja, aber das tut mir voll leid. Neues Fischmenü. Wir haben geöffnet. Slugbar. Ei. November bis Dezember. Gutes Spiel. Kommt bald raus, ne? Unsere Pei sind unslugbar. Schmerzen. Mit Übern statt Bienen. Das finde ich gut. Ich dafür. Ich habe die Display geöffnet. Und eine Kaffee öbnet. Das ist... Ich hoffe, das wird mein Freund zu erinnern. Ich kann nicht so sehen, dass er so ist. wir retten ihn aus dem biebeln geworden spiele weiter aber momentan haben wir zu viele demos gespielt was war das jetzt für ein glockenklang ich finde es war cool ich hinterlasse halt wirklich legit abdrücke in einem freundin klick ich bin fasziniert hier kumpelblase ich habe was für dich oh gott okay mach das selbst ich dachte schon was habe ich ja nicht dabei aufnahmegerät und wachsmalstifte guck mal habe ich es gemacht hat dir das beim erinnern geholfen nicht nur ein point und klick nein auch ein tritt und abdruck ja meine mission war es die nachricht des wissenschaftsinstituts der kuppel zu empfangen ich habe die hauptunversorgung ersetzt bevor ich aufgebrochen bin aber meine reise hat länger gedauert als erwartet i replaced the main power unit before i left but my journey took longer than i expected i waited for you to return but life kept dripping away i could feel my thoughts turn darker as disappointment with mankind took over me i backed up all the data of humankind and stored it away enttäuschung über die ganze menschheit das kann das fühle fühle i was on a mission to retrieve the message from the dome institute of science yes a single message to explain the war so they promised i managed to bring it back home but i still can't wrap my mind around the circumstances of my travel the dome of the institute it was gone gone it can't be the institute was perfectly fortified i never said it was destroyed just that there was nothing there but the hollow the gate terminal remained powered but there were no gates no dome no people nor bodies if that's the case then how did you manage to return with the message it was strange i inserted my id key into the terminal and it ejected this message carrier i tried reading it but it was encrypted how did you manage to get back without your snowmobile fatigued with cold and disappointment i sat by the terminal trying to warm my body against its case while there i lost track of time you must have fallen asleep humans can't withstand the cold the way robots do after some time i saw lights breaking through the snowfall my limbs were numb but i gathered myself and ran toward them through the snow it could have been an enemy you ran a big risk luck was on my side it was a caravan of dome travelers i rode most of the way back under their protection but i couldn't risk entering capia among them no one can enter capia completely unnoticed the moment you enter those gates you reveal yourself this mission is bigger than me or my safety i must protect the message i must leave it behind under the watchful eye of a trustworthy friend who could have proven himself enough to deserve such an honor can i trust you with this if you doubt me then you cannot trust me i hope you wouldn't refuse i will not let you down stephan i will preserve the message even if it killed me i'm sure it won't come to that i will return for it as soon as i catch the trader the trader may be expecting me i can't go inside until i find a way to hide the message that's unhöflich as i thought pilots and shipmen fight side by side in the ancient battle for the northern sea finally i'm almost home i can't open the gates of fate myself i need some help from the inside it is a security measure we've all agreed on i can access my personal system through this public terminal oh cool ist jetzt sind nach nicht nachgeladen ich glaube irgendwas stimmt wird schon wieder nicht wo ist mischi der mag doch langes zwingeln ja das stimmt mischmarsch fehlt ein bisschen nach und hallo fisselchen hallo ich habe ich mich auch nicht gelesen also nicht lesen können kuppel zugriff lieber steffen ne lieber stefan ich bin stolz auf meine nutzerfreundliche oberfläche um die kuppeltore zu öffnen drücke bitte auf den drück mich knopf alles liebe robbie dankeschön für den follow go 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 dankeschön wir einfach nicht geladen frechheit ja ja die letzten olympischen olympischen spiele nichts deutete auf einen krieg hin als zwei athleten das olympische feuer in einer großen geste des friedens entzündeten flugzeug absturz zwei verteidigungspiloten sind wenige sekunden vor dem lockdown vor der kuppel abgestürzt lockdown und krieg dein ernst spiel das ist so ein button für waffelsturm durch oder ich habe so schnell geladen wie ich konnte schneller hallo ich bin auch wieder da ich bin wieder bei euch ja ich habe gedrückt kann ich jetzt rein ist das die ist das die message ach so mein aufnahmegreif ich habe vergessen ja ja weg 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 ja ja ich habe gehört danke ja ja danke danke das habe ich schon mal gehört verstecken vielleicht hier verstecken in den schneemaschinen my snowmobile broke down on my way to the institute of science someone must have tempered with it at night oder soll ich ihm also soll ich die nachricht auf seine zunge legen ernsthaft 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 ich bin heute übrigens ein bisschen nicht funktionierend weil eigentlich streame ich mittwochs nicht als krebsgras was sind krebsgras ich hatte auch überlegt ob wir vielleicht landwirtschaftssimulator spielen aber dann dachte ich mir lohnt sich nicht für die paar stunden eine neue energiezelle ja anna acht ach so die hatten wir hatten wir anna acht schon ist auf jeden fall anna acht aber dann kann ich auch gleich nase putzen okay war für schon durch schreibt mit bei den künstlern für die ksk wahrscheinlich äh was hat war das die demo das hätten wir auch noch fertig gekriegt hä hallo dornteufel schlaf gut dornteufel träume schönes du hast nicht so viel verpasst luke aber ich habe ich habe ein video geguckt wo stand dem walkthrough ja und das war also da waren wir bei der hälfte adel der adel ist auch unter uns aber das sind mal kreative kredits ganz ehrlich mal gefälscht ihr seid lieb danke dass ihr immer so tut als ob ich euch eure abende verschönern und das finde ich richtig cool dass da kinder irgendwelche zeichnungen machen für den ladescreen es ist was neues warum sind da manche vervorgehoben weil die extrem viel geld gegeben haben und da das ist typisch kinderbild also so kenne ich das auch ja waffelstum durch nein ich meine mir das ernst danke mein abend ist nicht verschönert aber man schlägt sich so durch weißt du ich kann dich auch mal schlag das hat aber echt also das sind viele kickstarter oder also oder also ich muss jetzt schließen kann ich blättern schließe ich halt schon wieder an acht in der kanzel kann sie knicken niemand ist mir in meine glückchen da haben sie voll reingekickt mega oder du bist doof selber selber lachen alle kälber lacht der ganze bauern hoch und du bist doof und du bist doof und du bist doof und du bist doof